Lars, weißt du, ich lass mich nicht mitbringen. Warum? Lars, schon auch nicht. Trinkt sie's aus? Braucht er voll auch noch mal. Max trinkt's schon. Oder? Braucht er nicht voll auch noch mal? Warum braucht ihr's nur noch mal voll? Für was? Für welche Szene? Ja, die haben wir, glaube ich, gestrickt, oder? Ja, ja, ich habe gestrickt, die Szene. Ich weiß gar nicht. Er flüchten möchte, aber das kannst du fast nicht machen. Durch das hast du den Schein, dass er nicht schon ein Witzhaus da ist. Der kann nicht einfach aufmachen. Sicher, der taucht nicht mehr einfach auf. Wir haben doch eh schon in der Szene gesehen. In der Szene haben wir's ja schon. Spür ich den auch? Dann drehen wir mal mit dem Hin und dann ohne. Ja, toll. Genau, aber jetzt hat er mit den Daumen rum, gell. Haben wir jetzt eh schon alles drauf, bis auf alles mit Geist. Ach, haben wir das definitiv mit dem Kühlschrank müssen wir auch noch dran, gell? Das drehen wir nachher nach, ja. Müssen wir da wieder ganz ausdrehen, oder? So ist die komische Stur. Warum, was hat jetzt da nicht passt? Versteht? Ich weiß, ich hab's nicht gesehen, aber... Wie hat sie gesehen? Ich hab jetzt den Film schon zweimal gesehen. Nein, das Band. Hast du das zweite Band auch schon gesehen? Das hört man sich nicht mehr an. Ich hab's ja eh besser als erste Band gesehen. Das kann man noch mal nachdrehen, wenn's wirklich ist. Nein, wir werden heute fertig mit den Dreharbeiten. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, dann stinkt's halt. Ja, dann stinkt's halt. Ey! Ich hab noch mal dazu. Aber wenn's so schlimm ist's gar nicht. Warum muss ich noch drei Sekunden warten? Du kippst dann rein und sagst sofort. Vielleicht schneiden wir da zwischendurch mit Geistern. Nein, das überlegen wir uns. Ja, doch, weil Geistern so aufschauen, ja. Aber dann können wir in der nächsten Zeit zum einen schneiden. Oder ohne Hut. Mit Hut ist schon gut. Mit Hut. Ja, eine ist wurscht. Du schaust gut gut aus. Mit Hut. Es schaut immer gut aus. Ganz ehrlich gesagt. Nein, mit Hut schaust du nicht. Jetzt holst du vielleicht nochmal noch. Ja, heute ist schon besser. Meist kann man vielleicht ein bisschen bei den Vieren dran. Nein, da. Passt super. Ja, das passt schon. Und was muss ich jetzt da? Ich muss dir das sagen, oder was? Geh. Jetzt ist es noch eine. Ich muss sagen da genau. Jetzt ist es noch eine. Und wenn wir das wachst, was du die Tür aufmachst. Hab jetzt nur ein Weißbier für mich? Nein, das ist gut durch die Tür wieder. So, Fred, Matthias. Künstlernamen Fred. Wie bist du zu dieser Rolle gekommen? Ich habe ein dubioses Auftreten. Dubios oder seriös? Schiss. Seriös. Dubios. Dubios. Du hast ja auch noch eine zweite Rolle. Da kennt man dich gar nicht, gell? Ja, mich kennt, der weiß. Das kann nur der Presse. Ich kennt ja auch. Kannst du, ich habe gehört, du kannst dich von Anrufe daheim nicht mehr retten. Von Frauen angeboten. Ja. Wer sagt denn das Video, oder? Also Fabio sagt es. Fabio. Fabio. Wir streichen mal aus. Gut, dass du dich traurig bist. Hey, du warst gestern nicht da, wenn wir in die Liebestöte die Szene getraut haben. Boah. Die waren da heiß. Hey, wir haben es uns danach gleich angeschaut. Also danach, wenn wir bei Frank kommen, war der Frank und ich. Scheiße. Hey, man, das schaut so schwul aus. Wer hat denn auch gehabt was? Ich habe nur eine Feinrippe unter uns. Sonst nix. Und Sonnebrühe. Der Frank hat ein Werk-T-Shirt, die Feinrippe und seine Zippelmützen. Und der Kais, eine Herzscherl unter uns. Also eine Herzscherl unter uns. Ja, eine Schwartbox-Shirt. Und eine T-Shirt. Wir haben auch noch ein bisschen durmeneinander getan. Das hat so vieles gehört. Der Wahnsinn. Wo habt ihr so geschlafen recht? Unten auf der Cannabay. So, auf einem Cannabay zu dritt, weißt? So, das habt ihr ausgezogen, oder was? Das ist zum Ausziehen. Was? Das ist zum Ausziehen, oder? Das kann doch nicht. Nein, nein. Das haben wir nicht ausziehen. Wir haben einfach so drin geweckt. Wir brauchen noch... Aber wir haben da, weißt du, so die Füße übereinander und so... Wie... Das ist ein Hammer. Hä? Das ist... Das klopfen und Taschen. Weißt du, im Nightshow, weißt du, im Nachtsicht-Modus. Das schaut so wahnsinnig aus. Äh... Ja, der hat mir jetzt eine Fassel, oder? Was oder Tisch? Also überall. Tisch? Ja. Ja, ich meine, zu dritt ist wahrscheinlich Fassel besser, wenn wir dann zu sieb da sitzen zum Geister. Stimmt. Im runden Tisch von draußen. Das wäre eine Alternative. Wie möchtest du so? Ja, dann Fassel dazu. Hey, habt ihr eh noch Weizen? Nein, warte mal. Frag gleich mal an Andi. Andi, was... Andi, was... Andi, wie würdest du jetzt sagen, wie würdest du jetzt mir fragen, wenn ich ihm ein Beispiel höre? Du kannst... Im Pfarrer. Bluter. Was? Ja. 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 Ja, jetzt Andi, frag... Andi soll ich mich mal fragen. Das kann ich fragen. Ich kenn das mal hier. Andi, ich hab jetzt noch drei Weizen da. Und wir haben uns zu zweit. Jetzt gehst du rein und frag mich mal. Was? Dass wir drei Weizen haben... Was? Brauchen wir nicht nur die Ente, wo rausgekommen und mich einher zurück? Ja, das machen wir auch noch. Da brauchen wir noch einen Gespenst daheim. Undi, ich würd einfach fragen, ob sie noch Weißbier für mich ist. So wie es das alte Weiß haben würdest. Hey, ob sie noch Weißbier für mich ist. Ja, und ich nie. Wir sagen mal Weizen, nicht Weißbier. Wieso Weizen? Weizen. So drehen wir mal so ein Weibisch, oder? Weizen. Oder sagen wir Weitbier. Na, ich trinke Weizen. Also... Weizen. Weizen. Du schaffst ja Weißbier haben. Wir schaffst ja Weißbier. Wir schaffst ja Weißbier. Wir schaffst ja Weißbier. Wir schaffst ja Weißbier. Weizen. Abziehst du, ich bin ja Weißbier. Wir schaffst ja Weißbier. Wir schaffst ja Weißbier. Wir schaffst ja Weißbier. Sitze euch hier mal dahin. So gerne. Wir haben ja vor die Sammeldung. Wir haben ja vor die Sammeldung. Da müssen wir noch ein Tier halten. Ich nicht. Ich nicht. Was ist das jetzt? Was tue ich jetzt? Ein noch Tier. Jetzt soll ich hier reingekommen? Soll ich mich hinter den Tieren verstecken? Ja, ja. Nein, du machst ein Tier auf und dann... Ach so. Nein, nein, nein. Bloß so ein Einer schau so. Also, Tier aufmau reinschauen mit dem Weißbier. Ja, das ist viel besser. Ja, so ist das heilig. Ja, ja, genau so. Genau. Das ist gut. Ja, ja, passt. Also, zack. Und langsam aufmau reinschauen. Die anderen sollen leise sein. Wohin! Action! Jetzt ist mir reißbierlich. Super, Andi! War schön. War schön. War schön gefällt mir. War das Einer schon nicht schön? Jetzt soll ich noch einmal sagen, habt ihr das ein Weizen? Einmal. Alternativ. Warum? Das ist authentisch. Der Andi sagt es so. Also, ihr würdet das auch so machen. Das ist doch. Wo geht es nochmal? Was cool ist das? Schaust Einer, wachst du zu? Schaust Einer, wachst du zu? Was? Schaust Einer, wachst du zu den Kunden? Schaust Einer, wachst du zu? Warten ist es immer besser, wenn wir mehr wissen. Jetzt sagst du. Dann kommen wir halt los. Doch, am Ende schon. Ich habe noch ein anderes Zeug, oder? Nein, aber das machen wir am Ende. Das ist doch eingestanden. Und die Langzeit, wo ich durchbrechen. Bloß, weil ich hier drin bin. Also bereit? Ja. Action! Nein, nein, nein. Dürfst du ertrinken. Ich dachte, sie ist eine Reißbierin. Pfeff. Ich wünsche, sie ist eine Reißbierin. Gut ... passt. Passt. Perfekt. Ihr da moeten es tragen. Warte mal. Boah, was meinst du nehmt? So, wir machen jetzt auf der holden. Jetzt auf der holden. Oh, heute hättest du das Wurz. Ich hätt' schon so eine Mischung auf der Holden. Mir ist Wurst, ich sauk schon. Hausgerecht nicht, ich muss nur in den Wurz. Also passt mal auf. Alle bitte hinter den Scheinwerfer auf die Seiten. Oder zu dir. Zu dir oder noch jetzt? Martin, warum gehört der Martin direkt davor? Steh! Warum gehört der Martin direkt davor? Martin, der Martin hat schon Panik. Nein, der hat wohl noch gezogen, dass du so schlappst. Du hast ihn nicht erst gekriegt? Nein. Du bist da nie vorbeigegangen. Ey Flo, servus! Geht ihr auf, dann schaut sie zu dir, liegt gespannt. Ihr tut's, fickt nicht. Keine Ahnung zu. Dann schaut sie alle zu dir gleichzeitig. Schaut so. Dann sagt alle von euch, hey wir sind frei. Dann steht's auf und geht so auf die Kamera zu. Aber die Kamera ist so spannend. Ist das? Dann weiß ich nicht mehr. Der Maxi spät dir auch. Ihr wart es eben auch eingesperrt seit Jahrhunderten. Vielleicht ja. Ihr sitzt da da und spielt die Karten. Und dann geht ihr auf. Dann schaut's so zu dir, ganz spannend, wo du bist. Dann seht's, wenn er kommt. Dann sagt erst ein Satz. Wart's fünf, sechs Sekunden. Ich will euch noch zeigen. Und dann sagt alle von euch, hey wir sind frei. Unsere Hälfte ist frei. Ich sag's vorher schon. Sparen wir einen Lüft oder was bist du? Ja. Das ist lange nicht. Da sagst du, wir sind eigentlich frei. Und dann steht's auf und geht so auf eurem Zug. Mit der Hand. Und das ist ein Lager frei. Was ist überhaupt jetzt mit der Quicken? Ja, das ist so wie ich. Wie man kann. Wer sagt denn das? Ja, nein. Dann sagst du, hey wir sind meine. Das ist so wie ich. Jetzt brauchst du. Nein, du brauchst die Schuhe. Naja, sie sagst du, ich brauchst so wie ich. Fick dich doch selber. Warte, Alter. Kommst du meinen einen Hand. Ich hab jetzt mal vier Falsch in der Hand. Ja sag du. Wie ist dein Hand? So wie ich brauche. Du hast denn jetzt bei euch gehen? Wo bist du bei euch gar nicht? Das ist die Schuhe. Scheiße, komplett schützt. Das hat doch eine Karte gefällt uns. Gern, sag ich nicht. Ja, sag jetzt eine Menge bei uns. Gern. Du bist gleich bei uns. Nein, sag du mit uns. Du sagst, du bist mit uns. Du sagst, du sagst, ich hab dich wieder so. Du sagst, ich hab dich wieder so. Ich hab das Grafisch hier. Und? Wieder spielen? Ja. Mit der Olin werde ich spielen. Ich bin ja mal raus. Hey! Wie willst du denn? So sollt ihr Scheissgutze? Wir müssen da her schauen. Und jetzt? Wenn es da genäht, hätte ich das. Schauen wir mal, dann geht die ab. Ach so. Kannst du deine Schwester fragen? Ja. Ruhe bitte. Jetzt nicht so viel reden. Einfach nur mit euch. Ihr habt schon seit 50 oder 60 Jahren. Aber wenn du hier knackst, dann schauen wir hin. Genau, dann schaut so. Schaut alle drei hoch. Schaut zu dir. Dann warten sie 5 Sekunden. Raus! 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 Alle raus! Wir haben auch gar nichts da. Ja, aber die Geister müssen gar nicht losgehen. Er hat einen Sotter und er hat Arbeitszelt. Wir müssen da sagen. Jetzt sind wir frei, müssen wir da schauen. Genau. Zuerst schauen wir uns an. Wer soll schauen? Jetzt schauen wir uns an. Genau, ihr schaut da her. Dann seht ihr irgendwie. Dann gebe ich euch rein. Und dann sagt ihr, hey, das haben wir endlich frei. Wollt ihr eure Karten folgen? Das nimmst du leider den Kettchen. Das heißt nicht. So, noch einmal dran und dann habt ihr es gezeigt. Ja, sicher. Ja, ich finde das passt. Aber da könnt ihr es nicht mehr. Halt mal bitte. Ich werde 10 Uhr mit dran. Jetzt könnt ihr uns auch wieder rein gehen. Ich muss nicht mehr lachen, weil ich bin so komisch. Nein. Jetzt musst du mal rein gehen. Ich hab' mir gedacht, du hast da noch frei geblieben. Nein, nein. Nein, nein. Sag mal, in 100 Jahren alten machst du das. Du hast abgeschaut auf deine Karten und dann auf. Genau. Genau. Aufwächst, kommen wir an dich. Das ist nur ein Zentimeter. 1,10 Kilometer. 2,10 Kilometer. 3,10 Kilometer. 2,10 Kilometer. 3,10 Kilometer. 1,10 Kilometer. 1,10 Kilometer. 3,10 Kilometer. 1,10 Kilometer. 3,10 Kilometer. So, ich muss das tun. Machst du das erst später geben. Ja genau so mit Bier rein. Das ist dämpf. Und so magische Handbewegungen machen. So magische Handbewegungen machen. Na, die hätten wir aus dem Bild? Ja. Gut. Ich kenne sie ab, bis sie so geht. Und dann nicht wegwischen. Flucks. Bereit? Dann brauchen wir mal ein Wohlmittel. Und Action. Jetzt mal die Hände direkt aus und so. Leid nicht jeweils so. Man muss sich sehen, wo man führst. Ja, das... Jetzt muss ich warnen, aber ich weiß nicht. Ich muss jetzt sehen. Na, na, da... Nee, du... Ja, CF! Ja, ich kenne mal... Baccharé! Ist ja wohl! Dann laufen wir mal ein Wohl. Ja, wir haben ja Ruhe, drehen wir mal an. Dann gehen wir ins Hoch der Locker nochmal. Olli, gell? Jawohl! Bereits? Action. Ja, geht schon. Machst du dich jetzt bereit? Man geht, dass ich noch eine halbe Stunde zum anderen drehe. Stört dich das? Jetzt greifst du das. Jetzt greifst du das. Fret du eins. Lass mich aufhören. Du bist ja gerade auf der Seite. Gute Frage. Nimm, hast du schon rechnen? Nein, da ist kein Spinn drauf. Scheiße Joll. Jetzt komm her. Jetzt komm her. Jetzt komm her. Nimm deine Hände. Das tun wir so, passt das. Ja, das ist bewegt. Wir wissen was auf meine Hände. Sucht, geh mal her. Warte, schnell. Bevor die... Die würde springen oder was? Ja, du spielst, ja. Komm her, komm her. Du gehst nicht zu hoch. Wirst du jetzt... Nein, das Bier, klar. Das ist nicht gemeint. Ich habe zu verlochen. Das ist gut.